Wir gehen mal noch ein Stück weiter hier, die Schlange geht immer noch bis da hinten. Ich mach da einen Zeitraffer. Where do you come from? Mexico! Right here is the Club Gretchen, you know? So it's a big show tonight, but a German. Maybe Gemüse-Döner is better. Die Schlange ist nicht ganz so groß wie beim Gemüse-Döner. Sie ist ausverkauft. Hier geht's lang. Ah, Farben, Licht. Wer will alles Wodka haben? Du hattest ja jetzt ein Album, was sehr, sehr erfolgreich war. Ich hab vergessen den Titel des Albums, hab ich jetzt nicht parat. Wenn Blicke flöten könnten. Genau. Dein aktuelles Buch. Ja, die Schwarte Mama kann ich sehr empfehlen. Ich würde dich am liebsten mit meinem Mikrofon streicheln. Das ist ein Lächel zu schicken. Das ist die Blockflöte, wie wir sie kennen und lieben. Das neue Album, wie war der Titel? Schreifehler, die Schwarte Mama. Wenn Phantom hat ein neues Album in Arbeit, erscheint demnächst. Und das heißt? Es ist schon fertig und es heißt, ach. Damit ihr die Ironie versteht, werde ich dieses Stück mit freiem Oberkörper spielen. Es tut mir wirklich. Dennoch viele menschenverachtende Mittel werden eingesetzt, um unsere demokratische Gemeinschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern. Ich sage nur, überfrierende Nässe. Du bist gut für gar nichts. Dankeschön.